Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Meine Kinder sind ja jetzt seit einer Weile wieder im Kindergarten. Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich das einzige Bundesland sind, das die Kindergärten wieder geöffnet hat oder ob da noch eins, zwei andere sind. Ich weiß, dass es auf jeden Fall leider nicht viele sind. Oder was heißt leider? Da kann man ja auch geteilter Meinung drüber sein. Und es hatte für mich so einen Cut irgendwie. Also ich weiß, dass das Ganze noch nicht vorbei ist und dass wir wahrscheinlich auf kurz oder lang nochmal in diese Situation kommen werden. Aber erstmal waren das jetzt so neun Wochen für mich mit den Kindern hier zu Hause. Und jetzt beginnt irgendwie wieder so ein anderer, so ein neuer Abschnitt. Wieder eine neue Art von Alltag. Weil ich sage ganz bewusst nicht, dass der alte Alltag wieder da ist. Denn ich habe in den ganzen neun Wochen viel gelernt und reflektiert und möchte einfach vieles, was wir in den neun Wochen gemacht haben oder auch verändert haben, in den neuen Alltag jetzt übernehmen. Ich kann noch nicht genau sagen, inwiefern das funktioniert. Aber ich wollte dieses Video gerne nutzen, um meine Learnings aus dieser Lockdown-Zeit ein bisschen zu teilen und zu sagen, was ich halt Positives aus dieser Zeit mitnehme und was ich jetzt in unserem neuen Alltag, wenn möglich, integrieren möchte. Und ich habe das so ein bisschen versucht, in Kategorien zu unterteilen. Ich habe mir Notizen gemacht. Und wir starten mal mit dem Bereich Job. Also ich arbeite ja selbstständig von zu Hause aus als Mama-Coach. Und ich bin so froh, dass ich diesen Weg vor zweieinhalb Jahren tatsächlich gegangen bin und mich selbstständig gemacht habe damit. Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Ich hatte zum Glück keinerlei finanzielle Einbußen. Die Kinder waren es auch von der Vergangenheit einfach gewöhnt, dass ich ab und an hier zu Hause arbeite, auch wenn sie zu Hause sind. Das heißt, es war kein ungewohntes Bild für sie. Sie wussten auch, wie sie sich in so einer Zeit zu verhalten haben. Also das hat sehr, sehr gut tatsächlich geklappt die meiste Zeit. Da konnten wir uns sehr, sehr gut arrangieren. Aber nichtsdestotrotz konnte ich natürlich bei Weitem nicht so viel arbeiten, wie ich sonst arbeite, also von der Stundenzahl her. Habe aber im Grunde das, was wichtig war und was mich hat Geld verdienen lassen, auch wiederum geschafft. Und deswegen habe ich das Ganze mal reflektiert, was ich einfach anders gemacht habe und was ich übernehmen möchte. Und zwar habe ich meine Prioritäten anders gesetzt, habe meine Prioritäten auf Aufgaben anders gesetzt und dadurch natürlich die wichtigen Sachen mit einer höheren Priorität gesetzt und zuerst gemacht. Dann habe ich gelernt, einfach Nein zu sagen. Zu ganz, ganz vielen Projekten habe ich Nein gesagt, weil sie nicht zielführend sind, aktuell nicht bei mir reinpassen oder ich einfach die Zeit dafür nicht habe. In der Vergangenheit habe ich so oft Ja zu Projekten gesagt, weil ich sie cool fand, weil ich sie unterstützenswert fand, die mir am Ende des Tages aber natürlich auch kein Geld gebracht haben. Und jetzt musste ich einfach zwangsläufig Nein zu solchen Sachen sagen. Und das möchte ich mir tatsächlich auch beibehalten. Dann hatte ich auch für mich so reflektiert, dass es früher so war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss auch die ganze Zeit arbeiten, während die Kinder nicht da sind. Also mir, ich hätte, hat man ja jetzt gesehen, gar nicht so viele Stunden am Tag arbeiten müssen. Ich hätte meine Arbeit trotzdem geschafft oder das Wichtige trotzdem geschafft. Aber in einem drin ist so dieses beschäftigt sein müssen, zu tun haben müssen, um auch irgendwo ein Stück zu rechtfertigen, dass meine Kinder halt jeden Tag in den Kindergarten gehen, weil ich ja arbeiten muss. Was totaler Quatsch ist. Also mir tut es auch wahnsinnig gut, wenn ich halt in der Zeit, wo die Kinder im Kindergarten sind, was für mich tue und mich einfach auch mal ausruhe oder einfach mal lese, schlafe, Fernsehen gucke. Ich habe manche Mamas im Coaching, die so sagen, oh man sagt es ja eigentlich nicht gerne. Aber es ist halt die Wahrheit. Ich liege halt manchmal einfach auf der Couch und bin platt und gucke Fernsehen. Und ich sage so, ja, es ist doch aber völlig in Ordnung. Und auch das ist eine Art von Bewusstsein und Bewusstheit für sich selbst. Also auch seine Grenzen zu kennen, zu sagen, ne, ich kann mich jetzt nicht noch aufraffen und hier noch Yoga machen oder meditieren. Ich habe auch solche Tage. Also auch völlig in Ordnung. Also für mich so dieser Punkt, dass ich nicht immer zwangsläufig etwas zu tun haben muss und mir noch dieses und jenes und dieses Projekt auf den Hals lade. Außerdem habe ich meine Angebote ein bisschen umgestaltet. Also ich habe meine Angebotsbreite ein wenig geschmälert. Einfach auch da dieser Fokus darauf, was sind für mich die wirklich wichtigen Projekte, was sind die zielführenden Projekte. Daran habe ich Energie und Arbeit gesteckt und die anderen habe ich einfach zum Teil auslaufen lassen. Also was ich nachher wie vor mache und was ich immer noch sehr liebe, sind die Spot-Coachings mit den Frauen. Das bringt mir selber auch immer so, 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 so viel. Dann gibt es natürlich nach wie vor diese ganzen Produkte, die einfach schon fertig sind, wie die Audiokurse und die Meditationskurse. Aber es wird zum Beispiel keine Gruppencoachings oder solche Sachen mehr geben. Ich arbeite jetzt an einem großen Online-Kurs, also an einem wirklich großen, großen, sehr intensiven Online-Kurs, der noch dieses Jahr herauskommen wird. Und, ja. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Dann habe ich mir als anderen Bereich ist natürlich dieses Thema Unterstützung eine große Sache, ne? Also man sagt immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. So, und das war in Zeiten von Corona nun einfach mal sehr, sehr schwierig. Als dann die Lockerungen kamen, natürlich war das wieder eine andere Sache. Aber ich bin ein Mensch, dem es tatsächlich sehr schwerfällt, um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu fragen. Und dann bin ich jemand, der tatsächlich nur fragt, wenn es wirklich nicht anders geht. Also wenn man irgendwelche Termine hat, wo die Kinder jetzt immer einfach nicht dabei sein können und ich es wirklich gar nicht anders organisiert bekomme. Aber ich frage zum Beispiel super, super, super selten, kannst du mal meine Kinder nehmen, weil ich brauche einfach mal eine Stunde für mich. Und das ist aber etwas, was ich lernen musste, was auch einfach wichtig ist. Und wo man sich auch gerne Unterstützung einfach mal auf anderen Wegen, einfach auch mal den Blick öffnen, wer kann mir denn eigentlich noch helfen? Also ich habe zum Beispiel eine sehr große Unterstützung in meiner Nachbarin gefunden, wo ich dann einfach mal gesagt habe, ich muss, ich habe jetzt, also ich habe zu dem und dem Zeitpunkt ein Coaching-Gespräch, eine Stunde brauche ich meine Ruhe. Dann waren die Kinder halt einfach eine Stunde drüben, ich konnte in Ruhe arbeiten und dann sind halt alle Kinder hier rübergekommen. Einfach mal so den Blick öffnen für Möglichkeiten, also für Menschen, die schon in eurem Leben sind, wo man einfach vielleicht noch gar nicht so weit gedacht hat und da zu gucken, welche Freunde, welche Nachbarn können einem denn helfen, können einen unterstützen und dieses Lernen, um Hilfe zu bitten. Da bin ich auch immer noch dran. Dann habe ich das Thema Me-Time. Das war natürlich in der Corona-Zeit, nenne ich es jetzt immer noch, wir sind immer noch in der Corona-Zeit, aber ihr wisst, was ich so ein bisschen meine. Natürlich ein sehr spezielles Thema. Für einige Menschen würde es so gewesen sein, dass sie noch weniger Zeit für sich hatten, objektiv betrachtet. Aber dass es ja eigentlich noch viel, viel wichtiger geworden ist, in dieser Zeit auf sich zu achten, sich Zeit für sich zu nehmen. Und das, was ich gemacht habe, ist zum Beispiel, dass die Kinder keinen Mittagsschlaf mehr gemacht haben. Also sie sind auch alt genug, dass sie das nicht mehr zwingen müssen, sondern dass wir eine Mittagsruhe eingeführt haben. In der Zeit, die Kinder halt runtergekommen sind, das ist auch sehr ruhig hier immer war. Und ich habe mich in der Zeit hingelegt und halt so 20, 30 Minuten Affirmationen gehört. Und dieses Affirmationen hören, bestätigt über neun Wochen, hat so viel krass verändert. Also ich war immer ein Freund von Affirmationen und habe das auch regelmäßig, also immer mal wieder so gemacht, aber noch nie so konsequent, jeden Tag neun Wochen lang. Und es hat ganz viel in mir und meiner Weltsicht und meiner Ausstrahlung und dementsprechend, was ich dann für Begegnungen auch habe, verändert, dass ich das unbedingt zum Beispiel weiter beibehalten möchte. Und dadurch, dass die Kinder halt keinen Mittagsschlaf gemacht haben, sind die natürlich abends wesentlich zeitiger ins Bett gegangen, haben wesentlich eher geschlafen. Also wir sprechen hier so von zwei bis drei Stunden eher geschlafen. Und diese Zeit hatte ich dann für mich. Also ich war dann halt auch noch fit und es war noch genug Zeit vom Tag da, um zu sagen, hey, ich habe jetzt hier noch zwei, drei Stunden, die ich nur für mich habe, nur mit mir verbringen kann. Da war auch nicht mehr irgendwas noch mit Haushalt oder so machen. Das habe ich schon immer tagsüber mit erledigt. Und das hat mir so gut getan und hat mir, glaube ich, auch den Arsch gerettet in dieser Zeit, weil ich da einfach in diesen Momenten Kraft sammeln konnte. Und diese Zeit habe ich ganz unterschiedlich genutzt. Also ich habe so versucht, so dreimal die Woche Minimum, habe ich mir so den Arm freigehalten und habe mit Tai Chi angefangen, habe dann Yoga gemacht, habe dann eine EFT-Klopfrunde gemacht und habe dann meistens noch meditiert. Und die anderen Abende, ich habe auch sehr, sehr viel gelesen in der Zeit, aber es war auch völlig okay, sich einfach, nachdem die Kinder im Bett waren, nochmal für zwei, drei Stunden auf die Couch zu legen und irgendwie Trash-TV zu gucken. Völlig okay, völlig in Ordnung. Das ist auch überhaupt nicht so, man jetzt sagen muss, oh, jetzt liege ich hier wieder und eigentlich sollte ich doch an meiner Persönlichkeit arbeiten. Nee, manchmal ist halt auch einfach die Luft raus und man sollte auch bitte nicht sieben Tage die Woche an seiner Persönlichkeit arbeiten müssen. So. Und dann habe ich mir noch so den Punkt beziehungsweise die Kategorie mit den Kindern. Da habe ich auch so einige Dinge für mich reflektiert. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel in dieser Zeit war ja nur ich da. Das heißt, auch nur ich habe entschieden und geurteilt. Also ich habe mich ganz oft dabei ertappt, wie ich mich selbst verurteilt habe, weil ich vielleicht einen anderen Anspruch hatte. Also weil ich zum Beispiel den Anspruch hatte, dass die Kinder vielleicht ein bisschen weniger fernsehen sollten, es aber manchmal einfach nicht anders ging, weil ich ja gearbeitet habe. Und da war dann dieses für mich immer wieder, ich verurteile mich gerade selber. Ich bin die einzige Person, die gerade darüber urteilt, dass meine Kinder zu viel Fernsehen gucken. Wie blöd eigentlich. Also, ne, und sich für sich dann so, okay, es geht gerade nicht anders, es muss einfach gerade sein, es ist auch jetzt nur für diese Zeit und irgendwann wird das schon wieder besser. Aber sich selbst zu verurteilen in dem Moment, da ist ja niemand anderes da, der darüber urteilt, war schon erschreckend. Und da muss ich mich auch immer wieder zurückholen, dass ich das tatsächlich nicht mache. dann haben wir unsere Zeit natürlich ganz anders verbracht. Also, natürlich hatte ich hier trotzdem den Haushalt zu schmeißen, komplett alleine und musste natürlich auch arbeiten. Und nichtsdestotrotz, die Zeit, die wir dann miteinander hatten, die haben wir wirklich sehr, sehr intensiv verbracht und auch mit neuen Dingen verbracht, also neue Dinge auch für uns entdeckt. Zwangsläufig war ja, man konnte nicht ins Kino und nicht in den Tierpark und nicht schwimmen gehen und nicht auf den Spielplatz gehen. Also, die ganzen Sachen fielen ja irgendwie weg. Und da haben wir auch ganz viele neue Dinge für uns entdeckt, die uns Spaß machen und die wir regelmäßig machen wollen. Und das wird auch weiterhin stattfinden. Also, die Kinder gehen jetzt so oder so nur vormittags in den Kindergarten. Das heißt, diese vier Stunden nutze ich wirklich ganz konsequent auch, um zu arbeiten, um aber auch Dinge zu erledigen, die mit den Kindern einfach nervig sind, sowas wie einkaufen oder so. Und dann, wenn sie wieder da sind, schon diesen Alltag, den wir in neun Wochen hatten, eigentlich von da aus weiterzuleben. Also, diese Mittagsruhe, die wir hatten. Dann am Nachmittag schöne Dinge zu unternehmen. Da haben wir für uns halt jetzt so rausgefunden, was uns einfach Spaß macht. Und dann halt auch wieder so ein ganz ruhiges Abendritual, was relativ zeitig beginnt, um dann wieder für mich diese Zeit zu haben. Also, dass da auch jetzt nicht so ein Riesenwechsel für mich, aber auch für die Kinder geschah, weil diese neun Wochen hatten auch sehr viel Gutes an sich. Und das wollten wir halt einfach mit übertragen. Und das hat bisher auch ganz gut geklappt. Und dann noch so ein dritter Punkt in Bezug auch auf mich und auf die Kinder. Abstand, Grenzen und Bedürfnisse. Also, ich habe ganz klar und krass gelernt, Grenzen zu setzen. Also auch einfach zu sagen, jetzt hier ist meine Grenze, dessen, was ich gerade ertragen und aushalten kann. Und jetzt ist auch einfach mal gut. Jetzt gehe ich und ziehe mich zehn Minuten zurück. Das Wichtige ist halt nur die offene Kommunikation. Und dann muss ich sagen, in den neun Wochen haben auch die Kinder sehr, sehr viel gelernt. Halt einfach das, wie oft habe ich bei anderen bei Instagram gelesen, Oh, ich höre hier zwanzig Mal am Tag Mama. Und dann habe ich halt für mich dann so überlegt, nee, ist das bei mir nicht so, weil ich einfach ganz klar Grenzen setze. Also, nach mir kann man rufen und entweder kann ich gerade kommen oder ich habe gerade was zu tun und dann kommuniziere ich das auch und dann wird nicht fünftausend Mal nochmal Mama bei mir gerufen. Also, auch ganz klar Grenzen setzen. Das erklären, das müssen Kinder lernen, dass andere Menschen Grenzen haben, aber auch halt lernen, ne, Kinder lernen immer durch Vorbildfunktion und wenn ich ihnen zeige, meine persönlichen Grenzen zu setzen, dann können sie das später als Jugendliche, als Erwachsene auch viel, viel besser und das können viele Erwachsene nicht. Grenzen setzen, hier sind meine persönlichen Grenzen, bitte nicht weiter. Und das haben wir halt gegenseitig voneinander gelernt, Grenzen zu setzen, aber auch Grenzen dann in dem Fall einzuhalten. Wir haben auch gelernt, uns zurückzuziehen. Also, dieses, wo ich mich mittags zurückziehe, das haben die Kinder absolut akzeptiert. Das habe ich aber auch für mich als, das ist jetzt auch völlig in Ordnung, ich darf das. Und genauso haben die Kinder für sich aber auch gemerkt, Vince vor allen Dingen, dass es manche Momente gab, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt mal bitte in mein Zimmer, ich möchte jetzt mal eine Weile alleine sein und haben wir ihnen halt auch einfach gelangt, und das war für mich ein schöner Punkt zu sehen, okay, er begreift gerade, dass es ihm jetzt gerade in unserer Konstellation zu viel ist, er möchte jetzt mal für sich sein. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und natürlich sind immer mal wieder auch Bedürfnisse miteinander kollidiert. Da haben wir aber auch gelernt, manchmal Bedürfnisse zurückzustecken, aber manchmal auch für seine Bedürfnisse einzustehen und halt zu schauen, da sind drei Individuen, die Bedürfnisse haben und da muss man halt irgendwie immer so einen Ausgleich schaffen, also auch so eine gewisse Art von Rücksichtnahme. Also ich blicke tatsächlich sehr positiv auf die letzten neun Wochen zurück. Die neunte Woche war sehr hart, die neunte Woche war anstrengend, da war einfach so dann dieser Punkt erreicht, wo ich sage, das war dann auch irgendwann mal zu viel. Danke. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es weiterläuft. Also ich plane noch nicht weiter. Ich weiß, den Mai über werden die Kinder noch in den Kindergarten gehen, jeweils vormittags vier Stunden und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze gestaltet. Also das habe ich vielleicht auch gelernt, dieses wir planen mal die nächste Woche und dann gucken wir einfach mal weiter. Also ich plane nichts für den Sommer, außer den Schulanfang ein bisschen und erst recht nichts für den Herbst oder weiterführen, weiterblickend. Genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was eure Learnings aus den letzten Wochen mit euren Kindern zu Hause waren und wie es euch aktuell so geht. Würde mich auch sehr interessieren. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.